Okul, der Office-Eschialer Schul- und Bürosachen Okul, die Schule Office, das Büro Massa, der Tisch Zandalie, der Stuhl Saat, die Uhr Tahta, die Tafel Sünger, der Schwamm Tebeşir, die Krayre Akıllı tahta, das Smart Board Okul çantası, die Schultaşı Evrak çantası, die Aktin Taşı Kalemlik, die Firamapı Kurşun kalem, die Blei Schrift Boya Kalemi, der Buntstift Phosphorlu Kalem, der Marker Dolma Kalem, der Füller Tükkan Mes Kalem, häufig auch kurz Tükkan Mes, der Kugelschreiber Jetwell, das Lineal Açacak, der Anspitze Häufig auch Kalemtrasch Silge, das Radiergummi Makas, die Schere Yapıştırıcı Yapıştırıcı Dekleber Pergel Dezirkel Dosya Zimapı Defter Das Heft Çizgili Çizgili Liniyet Kareli Kariyet Telli defter Der Kolejblock Not defteri Das Notizheft Kitab Das Buch Sulu Boya Kutusu Der Tuşkasten Yağlı Boya Die Ölfarbe Fırça Der Pinsel Tuval Die Leinwand Küre Der Globus Evrakröfe Die Ablage Takvim Der Kalender Harita Die Karte Selotape Der Tesafilm Attach Die Büroklammer Anahtar Der Schlüssel Anahtarlık Der Schlüsselanhänger Yapışkan Kırt Der Heftsettel Hesapmakinesi Der Taschenrechner Tel Zumba Der Taka Der Geç Der Loha Klasör Der Ortna Zarf Der Umschlag Çöp Denekesi Der Mülaymer Bilgisayar Der Computer Monitor 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 Der Monitor Klavier Die Tastatur Bilgisayar Fahresi Die Computermaus Yazıcı Der Drucker Der Drucker Diesüstü Bilgisayar Häuflich auch nur Diesüstü Der Laptop Tablet Das Tablet Flash Bellek De USB Stick Kulaklık Die Kopfhörer Görüşürüz disobedience D� Hes D� 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 Untertitelung des ZDF, 2020